In die Kamera? Ja, in irgendeinem ist es egal. In die gucken und dann machen? Ja. Ach, die läuft auch, oder was? Die laufen alle beiden, ja. Ach so, hier sind sie mit auf Sachen. Warte mal. Was wir besser machen müssen, ist, dass wir... Ne, jetzt habe ich es vielleicht schon angefangen. Schnitt. Für mich geht es jeden Tag ein bisschen besser, aber ich glaube, ich bin noch lange nicht bei 100 Prozent angekommen. Es ist für mich so ein bisschen, als würde ich eine Saisonvorbereitung in der Saison noch mal haben. Deswegen bin ich sehr kaputt momentan. Aber ich werde mich weiter durchkämpfen und das wird in den nächsten Wochen besser. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass er hier ist, weil ich mich immer super gut verstanden habe. Ich denke, er ist eine Bereicherung außerhalb des Spielfelds, aber auch auf dem Spielfeld. Er ist ein sehr guter Kämpfer, ein super Schütze. Und ich denke halt, dass er dem Team noch mal Teamzusammenhalt im Kampf noch mal ein bisschen helfen wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe mir eigentlich speziell gar nichts vorgenommen. In erster Linie will ich wieder fit werden, richtig. Und bessere Leistung bringen jedes Spiel. Ich freue mich natürlich, dass es gegen Berlin geht, wie jedes Mal. Da war es jetzt für mich keine andere Vorbereitung aufs Spiel. Ich lasse noch ein bisschen watzen. Ich habe noch einiges vor. Ihr könnt euch darauf freuen, sage ich mal so. Er wird auf jeden Fall lustig.